Emtron Stromversorgung für jeden Anwendungsbereich. Die Elektronika 2012 war erneut ein innovativer Treffpunkt für unsere Kunden. Seit 1981 ist Emtron im Vertrieb von elektronischen Komponenten tätig und heute einer der führenden Distributoren im Stromversorgungsbereich. Zu unserem umfangreichen Programm gehören unter anderem DIN-Schienennetzteile, geschlossene Schaltnetzteile, Open Frame Versionen, Stromversorgungen für die Medizintechnik, externe Stecker und Tischgeräte sowie LED-Stromversorgungen. Die angebotenen Stromversorgungen zeichnen sich durch hohen Wirkungsgrad und niedrige Leerlaufleistungen in Übereinstimmung mit den neuesten Energiesparrichtlinien aus. In Zusammenarbeit mit Meanwell, Powertrade und Simcon bietet Emtron momentan wohl das breiteste Spektrum von Netzteilen und Wandlern für den LED-Sektor. Gleichzeitig bietet Emtron seinen Kunden ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und steht mit der technischen Kompetenz seiner Mitarbeiter auch vor Ort zur Verfügung, in der Kundenberatung, aber auch im After-Sales-Bereich. Zum einen stellen wir im Industriebereich ein neues 960 Watt Hutschi-Netzteil vor, sowohl einphasig als auch dreiphasig und dort weisen wir einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 95% auf. Und das ist einmalig auf der Elektronika. Im Bereich der innovativen LED-Beleuchtung zeigen wir erstmalig ein DALI-Dimmer, ein DALI-dimmbares Netzteil, was uns den Vorteil bietet. Ich kann an zentraler Stelle verschiedene Räume ansprechen, verschiedene Lichtszenen hinterlegen, zentral ein- und ausschalten, aber auch gezielt einzelne Räume mit bestimmten Lichtstimmungen hinterlegen. Wir legen großen Wert auf die technische Kompetenz unserer Mitarbeiter und unterstützen die Kunden in Applikationsfragen mit unserem eigenen Labor. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne.